Heimspiel zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU und Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD in der Grünberger Sportschule. Die mittelhessische Druck- und Verlagsgesellschaft hatte zum Schlagabtausch zwischen den heimischen Kandidaten um das Amt des Ministerpräsidenten eingeladen. Ehe das Spiel angefiffen wurde, begrüßte Chefredakteur Dr. Max Rempel die 600 Leser der Gießener Allgemeinen in der großen Trainingshalle. Die Spielleitung von Seiten der GAZ-Redaktion oblag den Händen des stellvertretenden Chefredakteurs Burkhard Breuning. Fragen zur Landespolitik kamen von Politredakteur Gerd Schmelitschek. Die politischen Fragen zum Wahlkreis stellte der leitende Redakteur im Kreisteil Reinhard Südhoff. Heiß diskutiert zwischen Volker Bouffier und Thorsten Schäfer-Gümbel waren Themen wie Schulpolitik, die Lage an den Flughäfen in Frankfurt und Kassel-Calden, aber auch die Privatisierung des Universitätsklinikums Gießen-Marburg. Nach zwei Halbzeiten wertete die Spielleitung den Ausgang als unentschieden. Frage an die Kandidaten, wie sie ihr Heimspiel erlebt haben. Schöne Veranstaltung. Ich bin gerne hier in der Sportschule, fühle mich hier sehr wohl. Die Fragen waren sehr bunt und es war eine entspannte Atmosphäre. Ich fand das gut und bedanke mich bei den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie am Sonntagabend gekommen sind. Das war, glaube ich, insgesamt ein sehr munterer Schlagabtausch zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten und mir. Er war kurzweilig unter anderem wegen der harten Zeitbegrenzung. Sicherlich hätten wir beim Thema Bildung, bei der Frage Privatisierung, Uniklinikum, bei der Frage auch, was am Arbeitsmarkt passiert vor dem Hintergrund von Leiharbeit, Befristungen, Niedriglöhnen noch gemacht werden kann, auch beim Thema Steuerhinterziehung. Dazu sind wir leider nicht ganz gekommen, aber ich bin sehr zufrieden. Und abschließende Frage, was rät man den Wählern, die sich noch nicht entschieden haben? Erstens wählen gehen, zweitens Hessen steht sehr stark da. Wir sind ein sehr erfolgreiches Land und können vielen Menschen sehr viele Chancen für ein gutes Leben bieten. Wenn das so weitergehen soll, dann möchte ich gerne die Verantwortung tragen. Das geht aber nur, wenn beide Stimmen für die CDU gegeben werden und darum bitte ich Sie herzlich. Ich rufe Ihnen vor allem zu, dass es um eine Richtungsentscheidung geht. Auf der einen Seite zwischen den Marktradikalen, die der Auffassung sind, dass, wenn jeder an sich denkt, irgendwie auch an jeden gedacht ist und uns, die dafür eintreten, dass es mit solidarischen Lösungen alle etwas davon haben, dass wir mehr Zusammenhalt brauchen, mehr Gerechtigkeit brauchen, weil das Land ansonsten auseinander driftet. Und damit nicht nur die Legitimation politischer Entscheidungen, sondern insgesamt auch die Art und Weise, wie wir uns aufeinander beziehen, verloren gehen. Und darum geht es für mich am 22. September und ich stehe für eine solche Politik, für mehr Gerechtigkeit und auch mehr Soziales.